Also ich war sehr zufrieden mit all unseren Mitwirkenden, vor und hinter der Kamera. Und wie geht's dir? Ja, insbesondere unsere Verdächtigen waren für ihre Rollen gut prädestiniert. Doch was hält die breite Öffentlichkeit von diesen Typen? Das hätte mich doch sehr interessiert. Ja, das würde mich auch interessieren. Tine, ein Satz zu André Grätz. André Grätz? Kein Kommentar. Oh Gott, vergiss es. Kein Kommentar. Jeder Kommentar hat zu viel. Äh, kein Kommentar. Da gebe ich keine Kommentare ab. Das ist schwer. Keine Ahnung. Unwahrscheinlich stark. Edith, ein kurzer Satz zu Georg Werner. Schlaftablette. Oh, scheiße. Finde ich scheiße. Sein letzter Film war richtig scheiße. Der macht's richtig. Der macht die dicke Fettkohle. Oh Gott. Ja, ob es den nun wirklich gibt, das würde mich tatsächlich interessieren. Und wenn, dann wo er ist. Wo ist denn der? Ein kurzer Kommentar zu Peter Mayer, bitte. Der Künstler. Ja. Oh je. Der ist mir unbekannt. Den kann ich nicht leiden. Nein, der ist doof. Einen Satz zu Ossi Oswald. Ossi Oswald? Hä? Hä? Mei, mei. Keine Ahnung. Der ist mittlerweile abgeschrieben, würde ich mal vorstellen. Ja, guter Schauspieler. Aber Privatleben ein bisschen chaotisch. Ein klasse Charakterschauspieler. Da ist halt irgendwie ganz schön was schiefgelaufen, ne? Also ist so, ich hab keinen Fernseher. Ich hab das irgendwie die letzten Jahre nicht mehr verfolgt, was der Gornemanser gemacht hat. Und das interessiert mich ehrlich gesagt da überhaupt nicht. Ich kenne mich mit Schauspielern nicht so aus. Ein Satz zu Charlie Werner, bitte. Äh, Charlie Werner? Ach komm jetzt. Kennen wir nicht. Deine Meinung über Karl Werner? Wer ist denn Karl Werner? Kennen wir nicht. Kennen wir nicht. Die größte Katastrophe unserer Tage. Recht zweifelhafte Zeitgenosse, muss ich sagen, momentan. Also man weiß nicht recht, was man da verhalten soll. Also meine Meinung ist es nicht so besonders positiv zu ihm. Danke.